Hi, schön, dass ihr zuhört. Das hier ist eine Sonderfolge von Wie wollen wir essen? Warum, fragt ihr euch zu Recht. Und zwar gab es einen wissenschaftlichen Kongress der DGE. Und dort wurde etwas veröffentlicht, woran wirklich jahrelang geforscht und gerechnet wurde mit Anpassungen und Gegenchecks und ganz, ganz viel Austausch. Quasi das Herzstück der Arbeit der DGE. Und ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, es handelt sich um die neuen Ernährungsempfehlungen. Dahinter steckt eine neue Methodik, wie die DGE zu den Empfehlungen überhaupt erst gekommen ist. Das erklären mir gleich Anne-Carolin Schäfer und Professor Bernhard Watzel. Aber erst schicke ich euch eben zu dem wissenschaftlichen Kongress der DGE in Kassel. In der Praxis kannst du dir vielleicht einfach einen Einkaufswagen vorstellen, den du durch den Supermarkt schiebst. Und wenn der über drei Viertel mit pflanzlichen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Vollkornprodukte und pflanzlichen Ölen voll ist, dann hast du alles richtig gemacht. Und dann kannst du noch knapp ein Viertel, was so übrig ist, da kann man dann noch tierische Produkte wie Milch, Milchprodukte reinlegen, also Käse oder ein Stück Fleisch oder Wurst mit reinpacken oder Fisch. Ungefähr so fasst Dr. Maike Gutmann von der DGE zusammen, wie nach den aktuellen DGE-Empfehlungen ein optimaler Einkauf im Supermarkt aussieht. Diese sogenannten neuen lebensmittelbezogenen Ernährungsempfehlungen stellt die Fachgesellschaft auf dem wissenschaftlichen Kongress Anfang März 2024 zum ersten Mal vor. Dazu sind mehr als 600 Menschen aus der Fachwelt, den Medien oder der interessierten Öffentlichkeit gekommen. Und obwohl die Ergebnisse jetzt vielleicht nicht revolutionär klingen, die Methodik dahinter ist es allemal. Kurz erklärt, dieses mathematische Optimierungsmodell ist ein Algorithmus, der berechnet, wie wir uns in Zukunft gut, gesund und nachhaltig ernähren können. Doch damit er nicht einfach irgendwas rausspuckt, waren mehr als acht Jahre Arbeit, unzählige Studien und öffentliche Konsultationen und zahlreiche Anpassungen nötig. Maike Gutmann zu den Aspekten. Die Ableitungen sind nicht nur nährwertbezogene Empfehlungen, sondern auch Empfehlungen zur Umweltlast und zur Gesundheitslast oder Krankheitslast mit eingeflogen. Also Umwelt wurde beachtet, Gesundheit wurde beachtet und die Nährstoffzufuhr. Die Daten stammten aus verschiedenen Studien und Erhebungen, die zum Beispiel auch messen, was die Deutschen aktuell so essen. Darüber hinaus wurde versucht, möglichst nah am aktuellen Konsumverhalten der Deutschen zu bleiben. Denn die beste Rechnung nutzt wenig, wenn sie weit weg ist von der Lebensrealität der Menschen. Was der Algorithmus dann ausspuckt, ähnelt in vielem bereits dem, was die DGE schon vorher empfohlen hat. Es gibt aber auch Änderungen. Also anders ist jetzt, dass man noch mehr Pflanze und weniger Tier essen soll. Das ist eigentlich die Quintessenz. Über drei Viertel der Lebensmittelmenge soll aus Pflanzen kommen, also sprich Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse und pflanzliche Öle. Und ein Viertel tierische Produkte, wie Milch, Milchprodukte, Fleisch. Das ist weniger geworden, die Menge, die man davon essen soll. Wichtig war der DGE auch die Kooperation mit anderen Instituten, die die Ergebnisse überprüfen und kommentieren. Dr. Sabrina Schlesinger vom Deutschen Diabetes Zentrum hat die neuen Empfehlungen auf verschiedene Studien in Bezug auf zum Beispiel Darmkrebs, Diabetes oder Schlaganfall gegengecheckt. Und sie sagt, Wir haben verschiedene Meta-Studien, also Meta-Analysen dargestellt, die den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Lebensmittelgruppen und Erkrankungen dargestellt haben. Und wir sehen, dass eine pflanzenbetonte Ernährung sich günstiger auf die Krankheitslast auswirkt, während ein Verzehr von tierischen Produkten sich eher ungünstiger auf die Gesundheit auswirkt. Und hier sehen wir vor allem das verarbeitete Fleisch und das rote Fleisch. Wie dieses Modell in Zukunft noch erweitert werden könnte und wo die größten Herausforderungen liegen, das erklären euch gleich Anne-Caroline Schäfer und Prof. Bernhard Watzel im Interview mit Henriette. Willkommen zur Spezialfolge von Wie wollen wir essen? dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Hallo. Hallo. Freut mich, dass Sie da sind. Caroline Schäfer, Ökotrophologin und Mitarbeiterin im Referat Wissenschaft der DGE und maßgeblich an der Entwicklung des mathematischen Optimierungsmodells beteiligt für die lebensmittelbezogenen Ernährungsempfehlungen. Ich habe das Wort extra geübt, damit ich das heute fluffig rüberkomme. Und ein wieder gern gesehener Gast, Herr Watzel, Präsident des Wissenschaftlichen Präsidiums der DGE. Wir haben schon mal das Vergnügen gehabt in der letzten Staffel und ich glaube, da ging es um Planetary Health Diet. Genau. Und heute geht es nicht um die Planetary Health Diet, sondern um eine Diet für das deutsche Publikum. Diese lebensmittelbezogenen Ernährungsempfehlungen, die abgekürzt werden mit FBDG, was erstmal zur Verwirrung führen kann, aber das steht für Food-Based Dietary Guidelines, sind jetzt fertig. Sie sind zur Ausstrahlung dieser Folge draußen und Sie beide waren maßgeblich beteiligt. Wie erleichtert sind Sie, dass das jetzt draußen ist? Ja, ich bin sehr erleichtert. Wir sind eine sehr lange Strecke gegangen, beziehungsweise haben viele Jahre an der Entwicklung dieses mathematischen Optimierungsmodells, das wir als Grundlage nutzen für die neuen lebensmittelbezogenen Ernährungsempfehlungen. Insofern sind wir jetzt im Zieleinlauf und ich bin sehr froh, dass wir dieses Ziel, ich denke, sehr erfolgreich auch erreicht haben. Wie geht es Ihnen, Frau Schäfer? Es ist für mich auch ein Riesenmeilenstein, das jetzt nach fünf Jahren, die ich auch im Projekt gearbeitet habe, zu diesem ersten Abschluss zu bringen. Auf der anderen Seite ist es auch nicht die Riesenerleichterung, weil natürlich jetzt auch noch einige Schritte auf uns zukommen. Jetzt geht es ja erst in die Welt. Wir sehen, wie die Reaktionen sind. Wir müssen noch weitere Materialien dazu erarbeiten und wir haben ja auch weitere Pläne zum Ausbau und zur kontinuierlichen Erweiterung des Optimierungsmodells. Also ich bin sehr stolz darauf, wie es geworden ist und dementsprechend auch erleichtert, dass wir jetzt einen Abschluss gefunden haben, aber auch gespannt auf das, was noch kommt. Fünf Jahre hat es gedauert, haben Sie gerade erzählt. Wer ist denn da so alles dabei? Wie sieht denn die Arbeit an sowas aus? Also fünf Jahre hat es nur für mich gedauert. Davor gab es schon drei Jahre seit 2016 die Arbeitsgruppe. Ja, wir haben wirklich 2016 begonnen mit der grundlegenden Überlegung, was müssen wir für zukünftige lebensmittelbezogene Ernährungsempfehlungen zusätzlich berücksichtigen, was wir in der Vergangenheit nicht gemacht haben aus verschiedenen Gründen. Und wir haben erkannt, dass wir nicht nur die Nährstoffversorgung, sondern noch weitere Ziele dazu aufnehmen müssen. Und es war dann klar, diese Multidimensionalität der Ziele, die für die neuen Empfehlungen die Grundlage darstellen, dass wir ein etabliertes methodisches Verfahren dafür nutzen können. Wir haben uns global umgeschaut. Wir haben viel mit europäischen Fachwissenschaftlern und Fachgesellschaften uns ausgetauscht. Deshalb die lange Zeit der Sondierung, um zu wissen, welche Methodik wir einsetzen können. Und da kommt dann Frau Schäfer ins Spiel. Die Methode, die wir dann identifiziert haben, die wirklich zu entwickeln, anzupassen an die Anforderungen. Das war dann die Tätigkeit, die in den letzten fünf Jahren sehr intensiv, vor allem dann auch von Frau Schäfer, betrieben wurde. Wie funktioniert sowas? Mir fällt es super schwer, mir das vorzustellen. Ich bin aus dieser Welt ganz weit weg. So ein mathematisches Optimierungsmodell gibt es tatsächlich nicht nur im Ernährungsbereich. Es kommt zum Beispiel auch aus der Transport- und Logistikbranche, dass man einfach schaut, wie können wir am effizientesten zum Beispiel Güter von A nach B verschiffen. Und im Fall von Ernährungsoptimierung stelle ich mir das eigentlich immer so ein bisschen wie eine Werkzeugkiste vor. Und wir haben einmal nämlich Entscheidungsvariablen. Das sind unsere Lebensmittelgruppen. Und diese Lebensmittelgruppen mit ihrem beobachteten Verzehr, also wie viel die Menschen üblicherweise von einem Lebensmittel essen, das sind die Dinge, die wir bearbeiten. Und in unserer Optimierungsmodell-Werkzeugkiste haben wir dann noch sogenannte Nebenbedingungen, die quasi die ganz festen und starren Vorgaben machen, die unsere optimierte Ernährungsweise dann erfüllen soll. Das heißt, wie viel Eisen sie enthalten soll, wie viel Kalzium sie enthalten soll, was zum Beispiel Maximalmengen für bestimmte Lebensmittel sind. Und dann haben wir noch eine Zielfunktion. Und die sucht dann innerhalb des Lösungsraums, den uns diese Nebenbedingungen geben, die beste Lösung aus. Also zum Beispiel die, die zwar alle Nährstoffziele erfüllt, aber am nächsten an dem ist, was die Leute üblicherweise gegessen haben. Und das sind die drei Teile, die wir in einem Optimierungsmodell haben. Unsere Entscheidungsvariable, die Lebensmittelgruppen, die Nebenbedingungen und die Zielfunktion. Sie sagten, was die Leute so üblicherweise zu sich nehmen. Jetzt muss das ja auf ganz viele Leute passen. Woher weiß man denn, was, also wie gibt man denn da ein, was die Leute üblicherweise zu sich nehmen? Woher weiß man das denn? Also wir haben in Deutschland große Studien in der Vergangenheit gehabt, die repräsentativ die Ernährungsgewohnheiten der deutschen Bevölkerung zwischen 14 und 79 Jahren erfassen. Und das ist die Datengrundlage, die wir nutzen, um etwas über den Verzehr an Fleisch, an Eiern, an Gemüse, an Obst und so weiter aussagen zu können. Beziehungsweise, wenn wir neue Empfehlungen entwickeln, mit dem Ziel, dass wir möglichst wenig von dem üblichen Verzehr abweichen, damit wir eine hohe Akzeptanz bei den neuen Empfehlungen haben. Dafür ist es wichtig zu wissen, was essen die Menschen. Und wir beziehen uns auf die nationale Verzehrsstudie des Max-Rubner-Instituts. Das ist repräsentativ für ganz Deutschland. Mehr als 10.000 Personen wurden da befragt. Allerdings, und das ist jetzt eine Limitierung unseres derzeitigen Modellansatzes und der Optimierung, die Daten sind relativ alt. Die stammen aus dem Jahr 2007, 2008. Wir wissen alle, dass wir heute neue Lebensmittel im Supermarkt verfügbar haben. Und gleichzeitig haben wir nicht die Kenntnisse, in welchem Umfang nun vegane Produkte oder bestimmte Milchalternativen auf Pflanzenbasis verwendet werden. Aber wir haben uns natürlich bei diesem Problem, das wir erkannt haben, versucht, uns möglichst weit abzusichern. Und können zu Recht und mit einer großen Sicherheit sagen, der Verzehr, den wir heute haben, ist nicht allzu weit weg von dem, was wir 2007, 2008 in der repräsentativen Studie über das Max-Rubner-Institut erfasst hatten. Insofern haben wir darüber immerhin noch oder weiterhin eine stabile Grundlage, um etwas zum üblichen Verzehr und zum Grad der Abweichung vom üblichen Verzehr mit den neuen Empfehlungen dann auch aussagen zu können. Nochmal für mich zum Verständnis. Was ist denn genau anders zur bisherigen Ableitung? Also wie sahen die Empfehlungen aus, bevor es die mathematische Optimierung gab? Da ist ganz klar ein Riesenunterschied zu benennen. Ernährungsempfehlungen in der Vergangenheit hatten das Ziel, alle lebensnotwendigen Nährstoffe in ausreichender Menge über die vorgeschlagenen, über die empfohlenen Lebensmittel einer Person zuzuführen. Das ist heute natürlich auch immer noch das zentrale Ziel, weil natürlich eine ausreichende Versorgung mit Nährstoffen weiterhin wichtig ist, weil wenn das nicht der Fall ist, dann treten Defizite auf, die im Extremfall zum Tod führen können. Also Nährstoffversorgung von lebensnotwendigen Nährstoffen in der Vergangenheit das einzige Ziel, heute immer noch mit das primäre Ziel. Allerdings, als wir 2016 begonnen hatten mit der Arbeitsgruppe, da war es uns klar, wir müssen den Gesundheitsbezug mehr berücksichtigen. Das war auch in der internationalen Diskussion und auch die anderen Fachgesellschaften haben sich mit dieser Frage intensiv befasst. Also wie kann ich über bestimmte Lebensmittelmuster, es geht hier weniger um einzelne Lebensmittel, sondern letztendlich ist entscheidend, was ich insgesamt esse, mein Ernährungsmuster, wie kann ich mein Krankheitsrisiko reduzieren. Das heißt, indem ich zum Beispiel mehr Vollkornprodukte esse, weniger tierische Lebensmittel, vor allem verarbeitetes Fleisch esse, habe ich bei bestimmten Krankheiten ein geringeres Risiko. Das ist etwas, was wir heute als Muss mitdefinieren, was Ernährungsempfehlungen mit berücksichtigen müssen. Das, was dann erst in der Diskussion nach 2016 bis 2019 noch dazu kam, ist das Thema der Nachhaltigkeit. Die Umweltwirkungen unseres Ernährungssystems und da die Erkenntnis, dass besonders tierische Lebensmittel sehr stark die Umwelt belasten. Und insofern haben wir in dem neuen Modell drei Dimensionen, die wir mit berücksichtigen müssen und unterscheiden uns dadurch von den früheren Ansätzen und Empfehlungen, die ausschließlich die Nährstoffversorgung zum Ziel hatten. Heute ist das viel komplexer, multidimensional. Und deshalb war auch die Notwendigkeit da, dafür eine spezifische Methodik zu entwickeln. An dieser Stelle zum Thema Nachhaltigkeit ging unsere ganze erste Staffel hier bei diesem Podcast. Also wer jetzt gerade erst einsteigt bei dieser Folge, gerne nochmal zurückscrollen. Da gibt es zu allen möglichen Aspekten der Nachhaltigkeit sehr viel Information. Und da würde ich auch nochmal gern anknüpfen an die erste Staffel, wo wir über die planetare Gesundheit, Planetary Health gesprochen hatten. Und die Planetary Health Diet ist damals ein großes Thema gewesen. Letztendlich der vergleichbare Ansatz auf globaler Ebene, eine Ernährung zu definieren, die gesund ist in Bezug auf Nährstoffe, Krankheitsrisiko, aber auch gesund ist in Anführungsstrichen in Bezug auf die Auswirkungen auf die Umwelt. Und was wir heute nun vorstellen, ist für Deutschland der methodische Ansatz und die Empfehlungen, die praktisch Planetary Health Diet, nicht global, sondern für Deutschland die neuen Empfehlungen darstellen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich als Nicht-Ännerungswissenschaftlerin und ich höre, da gibt es jetzt diese mathematische Optimierung, wie stellt die sich denn mir dar? Ist das eine Website mit gewissen Software? Gebe ich irgendwas ein und das spuckt mir was aus? Sind das Tabellen? Wie sehe ich das denn? Zunächst mal für Personen, die keinen spezifischen Fachhintergrund haben, sind am wichtigsten die Empfehlungen, die wir auf Grundlage dieser mathematischen Optimierung abgeleitet haben. Das heißt, das Erste, was Sie als Nicht-Ernährungswissenschaftler oder auch was die ErnährungswissenschaftlerInnen auch sehen, sind eigentlich unsere tatsächlichen FBDG oder die tatsächlichen lebensmittelbezogenen Ernährungsempfehlungen. Also der DGE-Ernährungskreis und die DGE-Empfehlungen. Der DGE-Ernährungskreis, der zeigt so ein bisschen mehr auf quantitative Art und Weise, also so in den Verhältnissen, wie die Lebensmittelgruppen mengenmäßig zueinander stehen könnten. Und die DGE-Empfehlungen, die machen eher qualitative, also so beschreibende Aussagen darüber, warum bestimmte Lebensmittel gut oder nicht so gut für uns sind. Und diese Empfehlungen, die wurden auf Grundlage der mathematischen Optimierung abgeleitet. Das heißt, wir haben geschaut, was kam aus dem Optimierungsmodell raus und wie können wir das jetzt in diese praxisbezogeneren Empfehlungen übersetzen. Und den tatsächlichen Algorithmus oder das Optimierungsmodell, das ist erst mal noch nicht einfach so zugänglich. Und ich denke, es wäre auch ganz schwierig zu interpretieren, denn dann stehen da natürlich einfach nur exakte Zahlen für die verschiedenen Lebensmittelgruppen. und dann macht man sich nachher Sorgen, okay, muss ich jetzt wirklich jeden Tag 31 Gramm Nüsse und 9 Gramm verarbeitetes Fleisch essen. Deswegen haben wir hier an der Stelle schon den Übersetzungsschritt gemacht, was das jetzt tatsächlich für die Praxis bedeutet. Bei diesen Empfehlungen, wie individualisiert ist das, was dabei rauskommt und was Sie dann schreiben für die Öffentlichkeit? Also kann ich dann gucken, okay, ich bin weiblich, ich bin nicht groß, ich bin Städterin und aktiv und kann ich dann so schauen, was passt zu mir oder ist es gröber? Das ist ein guter Gedanke. Das ist tatsächlich auch etwas, was diese Methode vielleicht irgendwann mal leisten könnte. Wir haben aber erst mal mit der Basis angefangen und für einen deutschen Durchschnittsmenschen gerechnet. Herr Watzel hat ja gerade auch schon erklärt, dass wir die Durchschnittsernährungsweise als Grundlage genommen haben. Und genauso haben wir dann für eine Durchschnittsperson eine Ernährungsweise berechnet. Und diese Durchschnittsperson, die gibt es natürlich jetzt so nicht in der Realität. Aber trotzdem kann man aus den Empfehlungen dann eigentlich für sich selber das eine oder andere rausziehen. Ja, ich würde noch ergänzen, Sie sprechen das Thema personalisierte Ernährung an, was ja in der Ernährungswissenschaft und in einer gewissen Öffentlichkeit auch ein Thema ist, wo meiner Meinung nach nicht wirklich sehr reflektiert darüber nachgedacht wird, was letztendlich das Personalisierte ausmacht. Die Empfehlungen, die wir aussprechen, sind natürlich für einen Durchschnittsmenschen. Gleichzeitig geben wir ja nicht Empfehlungen für Brokkoli, Zwiebel und Lauch, sondern wir geben Empfehlungen für Gemüse. Insofern kann man natürlich schon aufgrund seiner Geschmackspräferenzen sich entscheiden. Aber die Evidenz, die wir in dem Modell mit integriert haben und das ganze Wissen in der Ernährungswissenschaft zeigt uns, dass solche Empfehlungen, die wir jetzt auf den ersten Blick vielleicht zu pauschal aussprechen, wo heute die Tendenz, sich selbst zu optimieren, auch über die Ernährung. Aber wir wissen gleichzeitig, dass wir über diese Vorgaben, ich würde mal sagen, 98 Prozent des Gesundheitseffektes der Ernährung ermöglichen. Und dann reden wir noch über einen extrem geringen Bereich, wo zum Beispiel, wenn jemand Glutenunverträglichkeit hat, dann macht es keinen Sinn, entsprechend Weizenprodukte zu konsumieren. Oder wenn er eine gewisse Fleischallergie hat, was zunehmend ein Thema ist, dann macht es natürlich auch keinen Sinn, Fleisch oder bestimmte Fleischarten zu konsumieren. Ansonsten ist das bei einer breiten Anwenderung, obwohl es nicht individualisierte Empfehlungen sind, trotzdem mit einem sehr hohen Gesundheitseffekt verbunden, wenn diese Empfehlungen umgesetzt werden. Man kommt mit den nicht personalisierten Empfehlungen schon sehr, sehr weit, wenn man jetzt nicht super Spezialanforderungen hat. Genau. Die Menschen in Deutschland sind weit davon entfernt von den Empfehlungen, wie wir sie bisher ausgesprochen haben. Nicht auf der Basis von dem Optimierungsmodell. Wir sind mit den neuen Empfehlungen nicht sehr weit weg von den bisherigen Empfehlungen. Und es ist klar, dass das gesundheitsförderliche Potenzial der Ernährung von so wenig Menschen genutzt wird, dass der Schritt hin zu, wie auch immer nah dran an den Empfehlungen, die wir machen, aber ein Schritt in die Richtung mit großem gesundheitlichem Vorteil verbunden ist. Man kann sich ja einen Wolf empfehlen und das ist super wichtig, aber wie übersetzt man das an die Leute? Also wie erreicht man denn die Leute damit? Zunächst ist es Aufgabe der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, wissenschaftsbasierte Fakten, also die evidenzbasierten Ernährungsempfehlungen auszugeben. Und ergänze, unterstütze hier die Aussagen von Frau Schäfer. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich das Thema Gemeinschaftsverpflegung. Täglich, zumindest unter der Woche, sind etwa 16 Millionen Menschen, die in der Gemeinschaftsverpflegung mindestens eine Mahlzeit einnehmen. Manche drei Mahlzeiten, je nachdem, was es für eine Einrichtung ist, in dem die Menschen sich aufhalten oder leben. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung definiert ja auch die Qualitätsstandards für zum Beispiel Kitas, Mensen, Betriebskantinen, Pflegeinstitutionen. Das Ziel ist, wie das in der Vergangenheit auch schon der Fall war, dass lebensmittelbezogene Empfehlungen auch die Grundlage darstellen für die Gemeinschaftsverpflegung. Das heißt, wir sind jetzt in den nächsten Monaten und bis zum nächsten Jahr damit beschäftigt, dass wir die Qualitätsstandards für die Gemeinschaftsverpflegung entsprechend anpassen, um die Empfehlungen in der Breite auch zumindest in der Gemeinschaftsverpflegung dann vorzugeben. Es gibt Bundesländer, die zum Beispiel auch für die Kitas zwingend vorschreiben, dass die Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung berücksichtigt werden. Und das ist einer der sehr wirksamen Schlüssel, um Ernährungsempfehlungen in die Breite umzusetzen. Dann natürlich die große Frage der Ernährungsumgebung. Ein Thema, das nicht von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gesteuert werden oder beeinflusst werden kann. Das ist wirklich eine gesellschaftliche Aufgabe auf vielen Ebenen, was wir unter dem übergeordneten Begriff Ernährungsumgebung bezeichnen. Idealerweise greift diese Erkenntnisse auf, die Empfehlungen, und bietet mehr Lebensmittelgerichte an, die diese neuen Empfehlungen auch mit berücksichtigen, um den Menschen dann den Zugang zu so einer Ernährung, die Umsetzung der Empfehlungen zu erleichtern. Und dazu ist das dann, sind die Empfehlungen die super wichtige Basis? Der Standard. Was sind denn die Stärken oder auch die Schwächen der neuen Empfehlungen? Eine ganz große Stärke von dieser wissenschaftlichen Grundlage für unsere neuen Empfehlungen ist natürlich einmal diese Multidimensionalität. Also, dass wir verschiedene Aspekte gleichzeitig berücksichtigen konnten durch die Methode der mathematischen Optimierung. Andersherum gesehen, diese Methode hat uns, wenn wir eine andere Methode gewählt hätten, dann hätten wir immer vor der Schwierigkeit gestanden. Wie bringen wir denn jetzt diese unterschiedlichen Anforderungen miteinander zusammen? Also, wenn wir zum Beispiel geschaut haben, okay, was ist der beste Gesundheitswert? Wie viel sollten wir von dieser Lebensmittelgruppe essen? Und was wäre der beste Wert für die Nachhaltigkeit? Und am Ende müssen wir das alles ja irgendwie immer zu einer Ernährungsweise übereinbringen. Und das ist einfach eine ganz große Stärke von dem methodischen Ansatz, den wir gewählt haben, dass das der Algorithmus für uns übernommen hat. Und dann hat dieser Algorithmus natürlich auch noch den großen Vorteil, dass wir für die wissenschaftliche Community und alle darüber hinaus, die es interessiert, eine große Transparenz über unsere Entscheidungen und Herangehensweisen zeigen können. Zuletzt hat diese Methode auch einfach den großen Vorteil, dass sie leichter zu aktualisieren ist. Also jetzt, da haben wir auch gerade schon angesprochen, haben wir erst mal nur für die ganze Bevölkerung, für Menschen, die eine Mischkost essen und erwachsen sind und gesund sind, eine Ernährungsweise berechnet oder Empfehlungen berechnet. Aber man kann das jetzt auch relativ gut auf andere Zielgruppen, wie zum Beispiel Kinder, übertragen. Eine ganz große Herausforderung bei der mathematischen Optimierung als Grundlage für unsere lebensmittelbezogenen Ernährungsempfehlungen war es, die Daten dafür zu kriegen. Wir müssen ja alle Informationen über die verschiedenen Lebensmittel, die jetzt in unser Optimierungsmodell gehen, irgendwie in Zahlen gießen. Wie viel von welchem Nährstoff in einem Lebensmittel ist und was für einen Gesundheitswert das hat, wie seine Umweltauswirkungen sind. Für all dieses waren wir auf externe Datenbanken angewiesen und die mussten wir zusammensammeln. Die mussten für Deutschland passen, die mussten zu unseren Lebensmittelgruppen passen. Das war eine große Herausforderung und hier haben wir auch noch viel Potenzial, unser Optimierungsmodell in Zukunft zu erweitern. Werden so Prioritäten gesetzt in diesem System? Also schlägt Gesundheit die Umwelt, wenn es mal eine Grauzone gibt oder sowas? Dafür muss ich eigentlich erst mal ausholen und ein bisschen nochmal beschreiben, wie unser Optimierungsmodell überhaupt aufgebaut ist. Also wir haben bei den Nebenbedingungen, das waren ja die Parameter des Optimierungsmodells, die feste Grenzen vorgeben. Und Nebenbedingungen haben wir zum Beispiel natürlich für die Nährstoffe gesetzt, dass unser optimiertes Verzehrmuster am Ende bestimmte Nährstoffgehalte vorweisen soll. Und wir haben in der Zielfunktion dann drei Aspekte gleichzeitig. Einmal, dass die Krankheitslast minimiert wird, dass die Umweltlast minimiert wird und dass die Nähe zum üblichen Verzehr möglichst groß ist. Dieser letzte Teil, der ist ein ganz klassischer Teil in allen möglichen Ernährungsoptimierungsmodellen. Also das ist einfach eine Notwendigkeit, auch auf technischer Ebene, dass das Optimierungsmodell weiß, wie viel die Menschen normalerweise essen. Das ist ja ein Algorithmus. Der weiß nicht, wie normal, was üblicherweise in einen menschlichen Magen hineinpasst. Und wir haben dann diese drei Aspekte, die in der Zielfunktion sind, die müssen von der technischen, mathematischen Seite her jeweils ein Gewicht zugewiesen bekommen. Und als wir dann überlegt haben, wie wir jetzt denn dann unsere Zielfunktionen gewichten, also welches Gewicht wir auf die drei unterschiedlichen Aspekte aufteilen, haben wir nochmal ganz deutlich gesehen, der Aspekt von Gesundheit und Umwelt, wenn wir denen ein Gewicht geben, dass dort sehr ähnliche Ergebnisse herauskommen und während die Nähe zum üblichen Verzehr ein wenig im Kontrast steht. Long story short, Umwelt und Gesundheit stechen sich in unserem Modell und in unseren Berechnungen überhaupt nicht aus, sondern gehen miteinander Hand in Hand. Gesundheit bedeutet mehr pflanzliche Lebensmittel. Wir essen in Deutschland zu viel tierische Lebensmittel. Tierische Lebensmittel sind besonders stark die Umwelt belastend. Das heißt, eine Reduktion der tierischen Lebensmittel reduziert den negativen Eintrag auf die Umwelt, auf Boden, Wasser, Luft etc. Und ist auch für die Gesundheit die vorteilhafte Auswahl der Lebensmittel. Also wir haben da ganz klar eine Win-Win-Situation. Und wie Frau Schäfer da sagte, wir haben Sensitivitätsanalysen durchgeführt mit unterschiedlichen Gewichtungen, 10, 20, 30 Prozent bei Gesundheit beziehungsweise bei der Reduktion der Umweltlast und konnten sehen, dass wir da leichte Unterschiede haben. Also das Modell spricht darauf an und zeigt uns je nach Gewichtung andere empfohlene Lebensmittelmengen. Aber die sind nicht drastisch in ihren Unterschieden in Abhängigkeit von der Gewichtung, weil wir im Großen und Ganzen in dieselbe Richtung die Effekte haben in Bezug auf Gesundheit und Umweltwirkung, wenn wir den Anteil tierischer Lebensmittel reduzieren. Wie praktisch, dass das so schön Hand in Hand geht. Wenn ich jetzt aber Vegetarierin wäre oder Veganerin, wie sieht das bei den neuen Empfehlungen aus? Gibt es da quasi, gibt es die Kategorie, okay, wenn du aber jetzt wirklich ganz auf Fleisch verzichten willst, dann schau dir das an. Gibt es das schon? Das, was wir jetzt berechnet haben, unsere jetzigen Empfehlungen sind erstmal wirklich nur für Mischköstler und Mischköstlerinnen. Im Großen und Ganzen kann ich auch als Vegetarierin oder Veganer mich schon an den meisten Empfehlungen sehr gut orientieren. Also so Lebensmittelgruppen wie viel Gemüse und Obst oder Vollkornprodukte bevorzugen, das trifft auch alles auf eine Ernährungsweise mit weniger oder gar keinen tierischen Produkten zu. Und wir haben den Plan, dass wir für vegetarische, für vegane Ernährungsweisen, auch noch für andere Ausrichtungen, die es hier in Deutschland gibt in Bezug auf die Ernährung, dass wir das Modell entsprechend auch so anpassen, dass wir die Vorgaben machen. Entweder kein Fleisch und wir sind mit den neuen Empfehlungen auch schon sehr moderat, was Fleisch angeht. Aber wir haben zum Beispiel auch berücksichtigt, dass wenn jemand sich vegetarisch ernährt, dass man sich dann Gedanken machen muss, was ist mit dem Fleisch? Wenn ich Milchprodukte haben will, die kommen von einer Kuh, die Kuh hat Kälber, die Kuh stirbt irgendwann etc. Also was mache ich mit dem Fleisch, dass, wenn ich Milchprodukte konsumieren möchte, ein Thema ist? Man könnte sagen, okay, es gibt genügend Fleischesser, die deutlich mehr Fleisch konsumieren, als jetzt in dieser Kombination Milch und Rindfleisch anfällt, dann gegessen wird. Aber das sind Dinge, die wir auch im Modell jetzt schon berücksichtigt haben, dass wir nicht eine moderate Menge an Milchprodukten empfehlen, ohne gleichzeitig auch die Konsequenzen in Bezug auf die Rindfleischmenge, ohne das mit zu berücksichtigen und auch bei den Empfehlungen dann auch zahlenmäßig zum Ausdruck zu bringen. Deshalb habe ich eine kleine Anekdote. Unser Arbeitsgruppenmitglied, Professor Heiner Böhing, er sagt immer gerne, a vegetarian needs a dog, also ein Vegetarier braucht eigentlich einen Hund, der dann das Fleisch isst, das bei seinem Milchverzehr angefallen ist. Und ich denke, das Thema passt aber auch eigentlich gerade noch mal ganz gut dazu, obwohl wir immer sagen, dass der Anteil an tierischen Lebensmitteln jetzt auf jeden Fall reduziert werden sollte, das zeigen nicht nur unsere Ergebnisse, auch nationale und internationale Studien belegen das. Trotzdem haben tierische Lebensmittel natürlich ihren Platz im gesamten Ernährungssystem. Also auch die können, gerade wenn wir jetzt an in Richtung Kreislaufwirtschaft denken, durchaus dazu beitragen und haben auch in Bezug auf die Nährstoffe, also zum Beispiel, wenn wir jetzt damit anfangen würden, unser Optimierungsmodell auf eine vegane Ernährungsweise anzupassen, dann müssten wir natürlich schon schauen, was machen wir mit dem Vitamin B12, wie gehen wir mit Alkosa-Pentaensäure und Dokosa-Hexaensäure um. Von daher in moderaten Mengen haben sie durchaus ihren Stellenwert in einer ausgewogenen Ernährung. Aber nichtsdestotrotz, wir haben das Ziel, dass wir für Ernährungsformen, vegetarisch, vegan, unser Optimierungsmodell so anpassen, dass auch über diesen Modellansatz Empfehlungen dann abgeleitet werden können. Das passt hervorragend zu meiner nächsten Frage. Ich würde nämlich gerne wissen, wie es jetzt weitergeht und was in Zukunft geplant ist. Ein paar Sachen haben Sie schon angesprochen. Also erst mal, was sind die nächsten Schritte und dann was ist das große Ziel vielleicht in ein paar Jahren? Für mich ganz persönlich steht dieses Jahr jetzt an die wissenschaftlichen Papiere zu unserem aktuellen Modellansatz überhaupt noch weiter zu finalisieren und dass wir die mit der Arbeitsgruppe veröffentlichen können, damit auch von der wissenschaftlichen Seite her der Modellierungsansatz gut überprüft und nachvollzogen werden kann. Ganz konkret arbeiten wir gerade in der Deutschen Gesellschaft für Ernährung daran, in unser Optimierungsmodell jetzt auch Kontaminanten mit einzubauen. Also Stoffe von Lebensmitteln, die vielleicht nicht ganz so gesundheitsförderlich für uns sind. Ein ganz klassisches Beispiel ist Zwecksilber in Fisch und das möchten wir mit in unser Optimierungsmodell einbauen und wir sind gerade in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen dabei, auch die Ableitung von FBDG für Kinder mit unserem mathematischen Optimierungsmodell aufzubauen. Genau, also Kinder ist nochmal eine wichtige Zielbevölkerung, wobei Kinder auch wiederum zu unterteilen ist in verschiedene Altersgruppen, weil ein zwölfjähriger Junge hat einen anderen Nährstoffbedarf als ein vierjähriges Mädchen. Das heißt, man muss da sehr genau wieder differenzieren, wie ist der Energiebedarf in dieser Altersgruppe. Das sind auch die Zufuhrempfehlungen für bestimmte Nährstoffe anders als für Erwachsene. Aber das Modell ist genauso perfekt aufgebaut, dass wir diese unterschiedlichen Anforderungen je nach Zielgruppe umgehend einbauen können in das Programm, eine große Flexibilität und insofern werden wir das auch in Bälde oder sind schon dabei, die ersten Schritte in Bezug auf Kinder und neue lebensmittelbezogene Ernährungsempfehlungen auf der Basis des Optimierungsmodells zu entwickeln. Wir sind nicht 100 Prozent glücklich mit der Verfügbarkeit an Daten. Beispiel die Daten zur repräsentativen Ernährung in Deutschland, auch Daten jetzt zur Umweltwirkung. Wir haben in unserem Modell, ich sage das mal in Anführungsstrichen, nur die Reduktion der Treibhausgasemissionen in CO2-Äquivalenten berücksichtigt und die Auswirkungen auf die Landennutzung. Es gibt natürlich noch eine Reihe weiterer Umweltwirkungen, die Biodiversitätsverlust, die Eutrophierung, den Stickstoffeintrag in die Luft oder in den Boden. Das sind verschiedene Indikatoren, wo derzeit noch keine Datenbanken verfügbar sind. Wir sind der Meinung, dass das nur eine Frage der Zeit ist. Und wiederum so der Vorteil des Optimierungsmodells, sobald Daten, bessere Daten oder zusätzliche Daten verfügbar sind, können wir die mit einem minimalen Aufwand in das Modell einbringen, sodass wir auch zum Ziel haben, die Aktualisierung des Modells in Bezug auf die Formulierung von Empfehlungen nicht jetzt wöchentlich, auch nicht jährlich, aber ich denke, in einem Zeitraum von spätestens fünf Jahren müssten wir mit einer erweiterten und besseren Datenbasis noch mal schauen, wie die Empfehlungen aussehen werden. Ich bin mir sicher, dass sich da auf der Ebene der Empfehlungen, die wir heute formulieren, nicht viel ändern werden. Meinen Sie, dass eines Tages so eine App möglich wäre, wo man dann so eingibt, wer man so ist und dann kriegt man da so Empfehlungen? Ich weiß, über die Personalisierung und so haben wir ja schon gesprochen, aber irgendwie stelle ich mir das so schön vor. Gibt es das irgendwann? Was meinen Sie? Also es gab ja schon mal die klassische Ernährungsberatung und die gibt es auch heute noch, die klassische Ernährungsberatung, die exakt ihre Daten, angefangen von Geschlecht, Alter, körperliche Aktivität, Körpergewicht, Ernährungspräferenzen, Unverträglichkeiten. Da habe ich ja schon einen traditionellen Ansatz in eine personalisierte Ernährung, Ernährungsberatung. Ich denke, dass unser Modell noch eine tiefere Detailisierung ermöglicht. Meiner Meinung nach nicht mit weiteren Ergebnissen, die sich von den heutigen Empfehlungen deutlich unterscheiden, sondern das wird die Ernährung schlechthin der Zukunft sein, die diese Anforderung erfüllt, so wie wir es heute schon formulieren können. Ja, meine Antwort ist eigentlich auch sehr stark meine persönliche Meinung dazu. Ich fände es aus wissenschaftlicher Sicht als Forscherin, die daran tätig ist, ganz spannend, das durchzutesten, wie die Individualisierung von dem Modell funktionieren würde, was man daran noch wieder dann an Stellschrauben drehen könnte. Auf der anderen Seite aus Praxissicht kann ich mir vorstellen, dass nur die Personen auch wirklich Interesse an so einer personalisierten Ernährungsempfehlung hätten, die sowieso schon durchaus Interesse daran haben, sich im Ernährungsbereich fortzubilden, vielleicht auch schon einen gesünderen Lebensstil haben. Und ich denke nicht, dass das die Gruppe ist, in die wir die meiste Energie noch stecken müssten. Oder es sind halt die Personen, die tatsächlich eine Ernährungsberatung, also wirklich fundiertes, ganz persönliches Fachwissen bräuchten und da sehe ich dann auch eher die Ernährungsberatenden in der Funktion. Da kann ich an der Stelle ergänzen, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung seit mehreren Jahren eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen hat, die sich intensiv mit diesen Fragen der personalisierten Ernährung auseinandersetzen. Wie relevant ist der genetische Hintergrund? Wie relevant ist die intestinale Mikrobiota, also die Darmbakterien? Kann ich auf dieser Basis, und dazu sind Daten ja mehr und mehr verfügbar, individuell sinnvollere, effizientere Ernährungsempfehlungen aussprechen? Wir haben dazu aus dieser Arbeitsgruppe schon mehrere Fachpublikationen in internationalen Zeitschriften veröffentlicht. Wir hatten eine Arbeitstagung letztes Jahr dazu gemacht. Das heißt, wir sind sehr intensiv an diesem Thema dran. Und insofern auch meine etwas zurückhaltende Einschätzung, dass der gesundheitliche Nutzen wahrscheinlich marginal ist. Vor allem, wie Frau Schäfer das gesagt hat, diejenigen, die sich heute interessieren dafür, sind diejenigen, die schlank sind, die körperlich aktiv sind, und die ein geringeres Risiko für bestimmte ernährungsmitbedingte Erkrankungen haben. Und insofern, wenn man den Public-Health-Gedanken, also die Gesundheit der Bevölkerung im Fokus hat, ist es kein wirklich effizienter Ansatz, der auf Bevölkerungsebene zu einer Verbesserung führt. Da haben Sie mich erwischt. Klassischer Millennial, halb digital native. Ich denke da immer so, oh nee, anrufen mit Menschenkontakt. Ich brauche eine App, wo ich dann ganz leicht einfach eingeben kann. Und am Ende spuckt es mir vielleicht noch Rezepte raus. Aber es gibt ja auch bei der DGE Rezepte. Das ist ja eigentlich alles schon da. Es geht ja nicht nur darum, wenn ich jetzt zu Hause bin, vielleicht vor dem Computer sitze und da eine Entscheidung treffe für meine Ernährung, sondern es ist viel spannender, wenn ich jetzt in der Einkaufssituation bin. Also nicht jetzt am Buch in die Hand nehme oder die letzten Publikationen der DGE, sondern eigentlich spontan eine Entscheidung zum Einkauf treffe. Und wenn da eine Unterstützung kommt über eine Web-Applikation, dann kann das durchaus ein Beitrag sein, um unter Berücksichtigung der neuen lebensmittelbezogenen Ernährungsempfehlungen individuell angepasst die richtige Kaufentscheidung für Lebensmittel zu treffen. Ich habe auf der Website zu den lebensmittelbezogenen Ernährungsempfehlungen auch gesehen, dass es eine öffentliche Kommentierung gab. Ich vermute, dahinter steckt ein Austausch mit Fachleuten aus Deutschland, die Interesse haben, sich daran zu beteiligen an den neuen Empfehlungen. Wie sah das denn aus? Die öffentliche Kommentierung war Teil eines kompletten Konsultationsprozesses, bei dem wir mit verschiedensten Interessierten in den Austausch gegangen sind und auch Zwischenversionen unserer Methodik und der Empfehlungen diskutiert haben und es eingebracht haben. Wir haben ja zwei Stakeholder-Workshops durchgeführt und wir haben auch einen längeren Konsultationsprozess auf unserer Homepage präsentiert, angeboten, weil uns wichtig war zu den Entwürfen, die wir vor anderthalb Jahren ungefähr in Bezug auf die neuen lebensmittelbezogenen Empfehlungen beziehungsweise auf die Gestaltung des mathematischen Optimierungsmodells hatten. Da war es uns sehr wichtig, Rückmeldungen zu bekommen. Wir haben mit Fachgesellschaften, Fachwissenschaftlern, die in Deutschland führend sind, auf den jeweiligen Themengebieten das Gespräch gesucht, wie gesagt die Workshops durchgeführt und das gibt uns auch die Sicherheit, dass wir, weil das auch immer wieder ein Thema ist, was hat die Ernährungswissenschaft für Expertise im Umweltbereich, Um da wirklich auf fundierter Basis die Umweltwirkung der Ernährung mit zu berücksichtigen, war es wichtig, auch mit Experten aus anderen Bereichen im Gespräch zu sein. Genauso, wenn wir jetzt über die Botschaften reden, was sind nun die neuen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, wie formuliert man Empfehlungen, sodass sie möglichst gut verstanden werden. Auch das war uns wichtig, da im Austausch zu sein, sodass wir eine Fülle von Konsultationen hatten in verschiedenen Settings, die uns in die Lage bringen, heute mit diesen Empfehlungen auch sehr fundiert Empfehlungen auf der Basis dieses Modells aussprechen zu können. Da bleibt mir eigentlich jetzt am Ende nur übrig, Ihnen zu gratulieren, aus meiner bescheidenen Position. Gratulation zur Veröffentlichung von den neuen lebensmittelbezogenen Ernährungsempfehlungen. Und ich bin sehr gespannt, wie die Reaktionen darauf sein werden und wie sich das noch weiterentwickelt. Und vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Die neue Methodik ist eine kleine Revolution. Ich vermute oder ich hoffe, man hört, wie begeistert meine Interviewgäste davon sind. Das ist ein ganz neues wissenschaftliches Modell zur Ableitung von Ernährungsempfehlungen. Oder, wie es Herr Batze gesagt hat, wir haben jetzt die Planetary Health Diet für Deutschland. Und das hat acht Jahre Arbeit gekostet. Für uns normalos ändert sich eigentlich nicht viel. Für uns gilt weiter die Empfehlung, viel pflanzliche Lebensmittel zu essen. Obst und Gemüse, Kartoffeln, wenn es geht Getreide aus Vollkorn, Hülsenfrüchte, Nüsse und Öl. Und das Schöne und Neue ist jetzt, dass es nicht nur um unsere Gesundheit geht, sondern auch um die Umwelt und das Klima. Und diese Sachen schließen sich überhaupt nicht aus, sondern im Gegenteil gehen letztendlich Hand in Hand. Schaut mal auf die Internetseite der DGE. Da findet ihr die Empfehlungen und den neuen DGE Ernährungskreis. Und da sollen auch nach und nach neue Infos dazukommen. Direkte Links haben wir euch in die Show Notes gepackt. Gut, dann gehe ich jetzt mal Obst kaufen und wir hören uns im nächsten Monat wieder. Dann geht es in der letzten Folge dieser Staffel, wie versprochen, um stark verarbeitete Lebensmittel. Bis dahin. Achso, und wie immer. Abonniert uns, bewertet uns, erzählt überall, dass es uns gibt. Tschüss. Alle reden über Ernährung, DGE-Mitglieder sowieso. Denn sie profitieren, reden und bestimmen mit durch ihre Mitgliedschaft in Deutschlands Ernährungswissenschaftlicher Fachgesellschaft, der DGE. Studierende zahlen nur etwas mehr als 5 Euro im Monat und bekommen zum Beispiel kostenfreien Zugang zum Wissenschaftlichen Kongress, zur DGE-Wissens-App oder weiteren Fachzeitschriften und vielen weiteren Vergünstigungen. Jetzt Mitglied werden und alle Vorteile für kleines Geld genießen. Mehr dazu unter www.dge.de-jetzt-mitglied werden. Wie wollen wir essen? Ist eine Produktion von Escucha, Kultur fürs Ohr, im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Skript und Konzept von Manuela Michel, Teresa Maria Ting und Lukas Fleischmann. Moderation Henriette Schröers. Technische Umsetzung und Produktion Escucha. YouTuber Literate Untertitel von HEL UP CC Untertitelung des ZDF, 2020